Hallo und herzlich Willkommen zu Best of Khan ETM 2021 Viel Spaß beim Zuschauen Ich singe Hey, I just mean Nein, ich hab mich ernst gemacht Doch, das war gut Nein! Doch! Mama, hör auf! Ich kann nicht singen, wenn ihr so guckt Ihr macht mich nervös Dreht euch um Hey, I just mean Mann, hört auf! Hey, I just Mann, hör auf zu lachen Ich kann nicht singen, wenn du lachst Mann, mach kein Video Ich hab gesagt, mach kein Video Mann, ich will nicht mehr singen Hey, I just met you Hey, I just met you And this is crazy Ich mach etwas anderes an Wie sagt du Einzige Mensch auf dieser Erde, der noch nie in seinem Leben dieses scheiß Dirty probiert hat Nein, 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 nicht scheiße, nicht scheiße Tut mir leid, Shirin, aber Ich hatte kein Geld, um das zu kaufen Also hab ich einen Monat lang mein Arsch aufgerissen und so mein Geld verdient Bei 1000 Euro schneid ich mir ne Glatze Danke diri Jetzt hab ich's mir gekauft Und bin wieder broke Dirty Blaubeere Dirty Pfirsich Und Dirty Handyshop Das heißt nicht Dirty, sondern Dirty Oh, halt's Ey, bei Pfirsich fehlt dieser Deckel Hä? Shirin, willst du mich verarschen? Ich kann das nicht öffnen Da fehlt dieses Zeug, ey Markiert alle Shirin und schreibt, was soll das? Mal sehen, ob du den King von TikTok Deutschland überzeugen kannst Oh, ich hab vergesst zu schütteln Oah Egal Wow Jetzt wird geschüttelt Das schmeckt nach Parfüm Die Candy Shop Aber was werden wir alle drei mischen? Ich hab die besten Ideen, darauf kam keiner Schmeckt scheiße! Hallo Große Mann, wie geht's dir? Etwas schüchtern? Die Mutter kann sich im Wartraum hinsetzen, alles klar? Wir werden nur etwas gucken Lass mich noch etwas holen Also wenn wir fertig sind, kriegst du auch ein Spielzeug Keine Angst Lass mich noch etwas holen So Deinen Mund bitte weit öffnen Und hast du Hobbys? Nicht reden Wie alt bist du? Nicht reden Okay, wir sind fertig Die Mutter Lass mich mit deiner Mutter nochmal unter vier Augen reden, alles klar? Ihr Sohn hat Karies, wie scheiße, was gibt ihr ihm zu essen? Diabetes Bomben Morgen Wofür die Regenschirme? Wir haben Mathe mit Herr Huren Wir haben Online-Unterricht Guten Morgen, genau Kahn Wenn vier fliegen hinter fliegen 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 hinter vier fliegen Wie viele fliegen fliegen hinter fliegende fliegen? Herr Huren Danke für die Dusche, du Huren Hey, everyone has to speak English with a partner Oh bitte nicht Hallo, hello Hallo Kahn, how are you? Very great How old are you? Yes What? I'm sorry, sorry No Was heißt das nochmal? Tell me something about you Me? Kahn Okay What do you wish for your future? Yes To become a nice girl one day Maybe it's exaggerated, but I like to spell words like Immune Ultramechoscopic Silicobocanoconiosis Frag dich Fliege dich Fliege dich Fliege dich Ich hasse dich Ich hasse dich Ich hasse dich Ich zieh um Blüss dich Klack Gott rüber Ich bin nicht mehr dein so Ich bin nicht mehr dein so Ich bin nicht mehr dein so Ich hasse dich Ich liebe dich, Mama Äh, was? Heute ist Fototag? Ah, egal Bonjour Kopfsuchseite Nach unten Perfekt Passt Tschüss Heute ist Fototag, ich seh so scheiße aus, soll ich mich abholen lassen oder nicht? Du schaffst das, du schaffst das Nächste Hi Ah, reinsetzen Junge, lass mich doch machen, wie ich will Etwas drehen Was für drehen? Ich hab hier einen Pickel Das ist voll hässlich, ich mach noch eins, okay? Okay, gut, ey, aber vergiss nicht, mich zu markieren und mach Hashtag No Makeup, okay? Kahn, aufstehen In 5 Minuten bist du unten Kahn, steh auf Ich komm noch zu spät zur Arbeit Was soll ich anziehen? Was soll ich anziehen? Okay, ey, fuck, wo sind meine Kopfhörer? Wo sind meine Kopfhörer? Ey, meine Kopfhörer Kahn! Ach, komm, scheiß drauf Okay, bin da Geht doch Warte, ich hab meine Maske vergessen Oh, mach schnell Okay, jetzt können wir los Na, endlich! Hast du diesmal was vergessen? Ich hab alles Okay, wir sind angekommen Äh, Mama Was? Ich hab meine Schulzeichen zu Hause vergessen Schatz, welchen Film gucken wir? Aisha, die Eiskönigin? Äh, Affata? Nee Das Angelhaus Oh mein Gott, das gucken wir Schatz, ich will Popcorn oder so Bist du blöd? Für Popcorn muss ich ein halbes Jahr arbeiten? Ich hab schon Sachen eingekauft Was machst du? Wusch, das wird keiner checken Stehenbleiben Was denn? Schmuggeln sie etwa? Nein, ich bin schwanger Guck dir her Ah, lass uns doch was kaufen Hi, was darf's sein? Zwei Engies bitte So, bitteschön Oh Geil Für uns noch Popcorn Süß oder salzig So wie meine Freundin Oh mein Gott, Schatz Sorry, fett und hässlich haben wir nicht Hallo, ihr Loser Ich hab mit meinen Eltern einen Film geguckt Ja, und? Der war ab zwölf Ey, guck mal Schlepp mich so fest, du kannst Ich schwöre, ich spür keinen Schmerz Ich rauche schon, Malbaro Ich nehme sogar Kacaine Kann raus Nö Sofort Okay Malbar Viele von euch schon mitbekommen haben Hat meine Mutter mir alle meine 8 Handys einkassiert iPhone 7 Mein iPad, ihr Opfer iPhone 6 Plus iPhone 4 Samsung Galaxy S 3 Mini Laptop Alle weg Und jetzt hab ich richtig verkackt Wegen meinem letzten Zeugnis Und wow, ist das schlecht Mein Zeugnis seht ihr in meiner Story Und es ist wieder an der Zeit, mein Handy abzugeben Oh ja Ich muss dir was klarstellen Mutter Meine Zuschauer waren so viel von mir Und ich gebe nicht auf Suchen sie etwa ihr Handy, Frau ETM Ich schlage dich mit deinen eigenen Waffen Ich hab's Mutter sagt deinem Handy Bye Bye Es tut mir leid, Vater Aber jetzt ist dein Schmuckstück dran Das ist euer Ende Heiße Beta 54, nur drei Kilometer entfernt Papa Ich hab ja noch das iPad, ne? Ihr könnt mich nicht aufhalten Dein Schatz Fuck Wie hab ich Hobbs genommen? Ich film grad mit nem fucking Fernseher Ich werde die ganze Zeit um meinen Eltern Hobbs genommen Ich heiß nicht mehr aus Jetzt film ich mit nem Ofen Boy, yo solo se cantaron Muten Gorben? Muten Gorben? Oh mein Gott Guten Morgen, meine Freunde Gute Ja gut, wir haben 16 und 16 Schaut mal, was ich gefunden hab Wisst ihr eigentlich, was das ist? Ich auch nicht Ey, wie doof kann man sein? Anscheinend lässt das die Muskeln zucken oder entspannen Bruder, bitte Welche Muskeln? So, jetzt ist der ganze Bums drauf Jetzt machen wir mal die Scheiße an, Mann Alter Ich schwöre, es passiert von alleine Ich bin Italiener geworden Mamma mia, Pizzeria Mario Luigi Ich hab ne Idee, wartet Jetzt versuch ich damit aus dem Becher zu trinken Ich lieb's Der ganze Boden ist nass Alles nass Runde 2 So Ey, schon wieder Meine Fresse Mein Handy ist nass Komm, noch ein Versuch Ey, wenn das Ding noch einmal umfällt Ey, ich schwöre Meine Fresse Alles nass Arm macht weiter Ich will's einmal schaffen Ich geb's auf Was passiert aber, wenn ich das an mein Bein mache? Oh mein Gott Ich spann nix an Ich drehe mal auf volle Pulle Ah, nicht zu Hause nachmachen, Kinder Mach nicht zu Hause nachmachen, Kinder Mach nicht zu Hause nachmachen, Kinder